Hi! Manchmal nimmt man spannende Videos auf und manchmal nimmt man so ein Video auf, was wir heute aufnehmen. Denn ich habe eine Umfrage gestartet und habe mich gefragt, was ich aufnehmen soll. Und ich wollte eigentlich Fragen für ein Q&A haben, aber weil ich ein Idiot bin, habe ich so Joke-Antworten reingenommen. Und zwar ein Glas Wasser trinken, zwei Gläser Wasser trinken, drei Gläser Wasser trinken und Obama... Was einfach nur ein Mime ist. Ähm, ja, drei Gläser Wasser hat gewonnen. Er ist natürlich dumm. Er ist natürlich nervig. Ihr könnt ja trotzdem mal in die Kommentare Fragen hinschreiben für ein Q&A. Das macht ja nicht mal Spaß. Ich habe mal ein cooles T-Shirt an. Da ist ein roter Panda drauf. Haltet ich manchmal auch Gläser komisch? Ich hatte mal eine Phase, habe ich Gläser immer so getragen. Also auch wenn es kein Krug war. Das war eine Phase. Okay, zwei. Das ist noch das Dritte. Ist aber auch nicht schlecht. Leute, trinkt immer mehr Wasser. Das ist wichtig. Die meisten Leute trinken ganz wenig Wasser. Das ist wichtig fürs Gehirn. Wenn ihr wollt, dass euer Gehirn gut funktioniert, trinkt immer reichlich Wasser und macht Gehirntraining, lernt eine Sprache oder ein Instrument. Dann bleibt euer Gehirn cool, wenn ihr alt seid. Das Dumme ist ja, das ist ja nicht mal viel. Wenn das jetzt gewesen wäre, trink zwei Flaschen Wasser auf X, hätte man ja sagen können, okay, das ist vielleicht lustig, weil man hat ja Magenschmerzen danach. Aber wer hat einen Magenschmerzen nach drei Gläsern Wasser? Also es ist einfach, ja, ich trinke jetzt was. Ich bin hydriert. Ich will zum Träger, das ist ja was. Ein Liter höchstens, ne? Hallo, how are you? I am under the water. Please help me. Ja. Danke, Sebastian. Coolstes Video 2022. Dankeschön. Bis dahin. Ciao. Ciao.